So und herzlich willkommen. Heute wird's spannend, denn wir sind im Kobalt-Plateau und so wie es aussieht wird es einen Entgegner-Kampf geben. Aber wir schauen jetzt einfach mal direkt rein. Irgendwie scheint das Ganze hier gerade noch aber noch ein bisschen zu spinnen. Nee, funktioniert. Okay, also wir müssen sie angreifen. Schauen wir mal nach, was sie machen. Ähm, okay, also. Ignoriert haben über 62 und zuerst auf Sprechner-Kampf. Das heißt, wir sollten uns schon ein bisschen ein Bild geben. So, genau. Jetzt geht's hier. Dann wird's hier. Ich bin gespannt, ob wir jetzt gehen können oder was jetzt genau passiert. Und natürlich gehen wir mal wieder hier keine extra Sachen. Und wir schauen uns jetzt an. Auf die Karpkelle. Ich bin gespannt. Dann, 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 die Ökenspray. Ja, die Augen müssen abhauen. Und ab sofort gibt's einen Ausgeruht-Bonus. Das heißt, wir haben doppelte Erfahrung für die nächsten 5-Kämpfe. Aber das interessiert uns ja nicht. Wir interessieren uns mehr dafür, wie geht's morgen weiter auf dem Kobalt-Platei und können wir alle Eier befreien. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, bis morgen dann. Ciao, ciao.